Grüß Gott zusammen und ganz herzlich willkommen zurück hier zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Ja Freunde, und aus gegebenem aktuellen Anlass möchte ich mich ein bisschen mit den Neuerungen in Swift 5.6 beschäftigen. Denn Swift 5.6 ist jetzt ja ganz frisch draußen, lass mich gerade mal gucken. Das kommt zusammen hier mit der aktuellen Version 13.3 von Xcode, ist das mit an Bord. Und zugegebenermaßen, also mir persönlich geht es so, viele Dinge passieren dann entweder unter der Haube oder sind dann doch sehr speziell, dass sie für mich so im Alltag weniger bis gar nicht relevant sind. Nichtsdestotrotz, ich habe mir das mal angeguckt und da sind durchaus spannende Punkte dabei. Und nur weil auch manches für mich jetzt vielleicht nicht unbedingt so relevant ist, heißt das ja nicht, dass man das nicht auch mal weitergeben kann, weil vielleicht jemand von euch sagt, dass das mega geil ist. So, und deswegen, ja, das ist jetzt einfach so eine kleine Reihe, sowohl auf dem Blog in Textform, als auch hier mit den Videos, wo wir uns mal ein paar dieser Neuerungen angucken. Ja, ich habe da so ein paar Sachen rausgepickt und die gehen wir mal durch. Und heute fangen wir damit an mit der sogenannten neuen Unavailability Condition. Ich hoffe, ich verhaspel mich nicht bei diesem anspruchsvollen Wort. Ja, und es geht um die Möglichkeit zu prüfen, unter welcher Betriebssystemversion eine App gerade ausgeführt wird. Es gibt bereits seit längerem die sogenannte Availability Condition und die habe ich hier bereits auch mal vorbereitet. Zum einen, um nochmal aufzufrischen, worum es jetzt hier genau geht. Zum anderen hat das der eine oder andere vielleicht noch gar nicht mal irgendwie live gesehen. Deswegen möchte ich es auch zumindest kurz erläutern. Diese Availability Condition seht ihr hier. Das ist genau der Teil, den ich gerade markiert habe in dieser If-Abfrage. Ihr leitet das ein mit diesem Hashtag Available und das Ding liefert euch True oder False zurück. Ist eben eine Bedingung, eine Condition. Und was ihr hier reingebt, das sind die Betriebssysteme inklusive der Version, die zur Verfügung stehen muss, mindestens, um den hier nachfolgenden Code auszuführen. Das nutzt man vorrangig ausschließlich, um neuere APIs nutzen zu können. Beispiel, ihr habt eine App, die läuft noch unter iOS 13 und mit iOS 15 gibt es aber eine tolle neue API, die ihr in eurer App verwenden möchtet. Dann könnt ihr die per se ja nicht einfach ansprechen, denn die steht nur unter iOS 15 zur Verfügung, nicht unter iOS 14, unter iOS 13, die ihr auch noch unterstützt. Und da nutzt ihr genau eine solche Availability Condition, um zu sagen, in diesem Fall, wie ich ihn gerade gestillert habe, hey, pass auf, an der Stelle möchte ich diese tolle neue API ausführen. Prüft doch mal bitte, ob das Gerät, auf dem ich gerade die App ausführe, mindestens unter iOS 15 läuft. Wenn ja, kann ich hier meine neue API ausführen. Ansonsten ist die Frage, wie man damit umgeht. Man kann einen Else Block etablieren, wo man sagen kann, okay, dann habe ich hier halt meine alternative Implementierung oder ich mache gar nichts. Das hängt immer davon ab, um welche API es auch geht. Ja, aber das ist so das Kernelement, warum es überhaupt diese Availability Condition gibt. Und ihr seht eben, also das, was hier steht, bedeutet, okay, der Code, der in dem If Block steht, wird dann ausgeführt, wenn das zugrunde liegende System mindestens unter iOS 15 läuft. Das würde also auch für iOS 16, 17, was auch immer greifen, ja, es muss mindestens iOS 15 sein, ist die Version älter, iOS 14, 13, ihr wisst Bescheid, dann würde er hier in diesem Fall in den Else Block springen. Und das kann man mal ganz simpel testen, weil ihr seht, das ist eine einfache SwiftUI Content View und das, was ich hier zurückliefere, diesen String, habe ich einfach in den Text gepackt. Ja, und das kann man jetzt einfach mal ausprobieren, indem ich hier, ihr seht, oder ihr seht es auch nicht, ist vielleicht ein bisschen klein, ich habe hier den iPhone 12 Pro Max Simulator unter iOS 14, das ist also älter als die 15er Version hier, das heißt, der Text sollte auf Update Zeit stehen. Und das probieren wir jetzt gerade mal aus. Und das ist auch richtig, ja, das sieht schon mal gut aus, das passt. So, und dann können wir das Ganze gleich nochmal testen. Zack, und iOS 15, das ist hier im iPhone 13 Pro Max Simulator vorbereitet, dauert einen kleinen Moment, wobei nicht zu lange, weil der Simulator läuft schon. Ja, und da sehen wir auch tatsächlich, hier haben wir diese schöne Unterscheidung, anhand der Availability Condition prüfen wir das zugrunde liegende System und führen aufgrund dessen dann unterschiedliche Befehle aus. Das ist die Availability Condition. Und wie gesagt, die gibt es jetzt schon länger, neu ist jetzt die Unavailability Condition. Und die implementiere ich hier einfach mal als zweite Text Property, Unavailability Condition. So, da machen wir nochmal dasselbe Spielchen und geben dann diesen String hier über den Text aus. So, und die Unavailability Condition, da war der Verhaspeler, wunderbar. Das Ding funktioniert im Grunde genau umgekehrt. Ja, wir prüfen dann nicht mehr, okay, laufe ich mindestens unter dieser Betriebssystemversion, sondern wenn ich nicht unter dieser Betriebssystemversion laufe, dann tue hier bestimmte Dinge. So, das heißt, wie sieht das Ganze aus? Ich baue hier auch schon mal eine If-Abfrage und hier die Unavailability Condition nutze ich mit Hashtag Unavailable und gebe dann in runden Klammern, wie der gleiches Spielchen, mindestens quasi die Version an, die unterschritten werden muss. Ja, das bedeutet, das ist ein bisschen tricky, also für mich war das so, bis man so diese Logik verstanden hat, was hier die Unavailability Condition bedeutet. Das, was jetzt hier steht mit Unavailable, heißt, okay, wenn die App unter einer Version läuft, die kleiner als iOS 15 ist, also eben wieder iOS 14, 13 und so weiter. Im Endeffekt das, was eben hier der Else Zweig ist, genau diese umgekehrte Variante, dann führe den Code in diesem If-Block aus. Und das heißt, wenn wir quasi das hier aus der Availability Condition hier abbilden wollen, würden wir hier an dieser Stelle unseren Update-Zeit-Text reingeben, weil wir sind, wenn das True entspricht, was hier rauskommt, sind wir unter iOS 15, welche Version auch immer, aber es ist auf jeden Fall kleiner als iOS 15. Und in jedem anderen Fall, ich mache das hier jetzt mal direkt ohne Else-Block, wissen wir, dass wir bei iOS 15 oder neuer sind. Ja, und auch das können wir jetzt gerade nochmal durchlaufen lassen. Genau, den richtigen Text habe ich schon gesetzt. Zack, führen wir das gerade mal auf dem iPhone 13 Pro Max aus. Das ist iOS 15, das heißt, hier sollte wieder der Text, das ist aktuell kommen und das ist auch so, wunderbar. So, und dann testen wir das Ganze nochmal zum Abschluss, um sicherzugehen, dass das auch wirklich stimmt. So ist er, ja, auf dem iPhone 12 Pro Max mit iOS 14 und bekommen auch hier weiterhin den Update-Zeit-Text. Ich gucke jetzt nur nochmal, genau, ich habe wirklich den richtigen Text genommen, wir können auch das gerade mal auskommentieren, um sicherzugehen, dass ich jetzt wirklich keinen Mist gebaut habe. Ja, wir nutzen tatsächlich unsere neue Unavailability Condition. Und das ist es im Endeffekt, ja, das ist ein ganz netter Ansatz, wenn man wirklich sagt, okay, ich habe zum Beispiel einen bestimmten Code, den ich nur ausführen muss, wenn ich eben unter einer älteren Betriebssystem-Version laufe und zusätzlich muss ich mit den aktuellen Versionen gar nichts machen. Wenn man das bisher lösen wollte mit der Available Condition, dann müsste man quasi solch ein Konstrukt schreiben, passt mal auf, ups, das war falsch, if Available iOS 15, zack. Und wo im Endeffekt schon klar war, okay, da möchte ich gar nichts machen, wenn ich neuer bin, ich möchte nur was tun, wenn ich quasi in einer älteren Version zurückliege. Dann hätte man so ein einfaches Konstrukt schreiben können, nur quasi hier einfach Dummy-Platzhalter und direkt in den Else-Block springen. Aber das ist jetzt natürlich nicht so schön, wie einfach direkt zu sagen, ja, okay, wenn das nicht verfügbar ist, wenn ich kein iOS 15 habe, wenn das älter ist, dann führe direkt diesen Code aus. Und das ist eben auch der Hauptvorteil oder eben einfach eine nette Ergänzung, dass man jetzt sagen kann, okay, ich kann explizit festlegen, wenn ein System verfügbar ist oder wenn es nicht verfügbar ist und kann das passend ansprechen. Zum Abschluss ein kleines Wort noch zu diesem Stern-Parameter, der hier bei der Availability Condition gesetzt wird und bei unavailable nicht. Es hat damit folgende Bewandtnis, für alle, die das jetzt auch nicht wissen bei der Availability Condition. Dieser Stern-Parameter ist quasi mein Platzhalter, meine Wildcard, die bedeutet, alle Systeme, die ich hier nicht explizit mit Version angebe, gelten hier. Ja, das würde bedeuten, wäre das jetzt eine App, die zum Beispiel auch unter macOS oder watchOS läuft, würde das bedeuten, vollkommen egal, welche macOS oder watchOS Version gerade dem System zugrunde liegt, wir springen immer hier rein. Da ist diese Available Condition immer true, ist immer erfüllt, eben weil wir hier nicht explizit eine Version abfragen. Und der Hintergedanke, man muss diesen Stern auch setzen, ja, also das ist Pflicht, dass der hier mit drin ist und das dient eben einfach dazu, dass man sicherstellt, dass dieser Code dann wirklich auf jeder Plattform ausgeführt wird. Das würde auch für einen Linux zum Beispiel gelten, unter dem man ja auch Anwendungen ausführen lassen kann, dass man wirklich die Condition setzt für die Version, die einem wichtig sind. Und ansonsten läuft das Ding unter allen Versionen für alle anderen Plattformen. Bei der Unavailability Condition ist es genau umgekehrt. Da fällt dieser Stemmplatzhalter raus, weil man ganz klar sagt, hier prüfst du wirklich nur explizit die Systeme und die Version, die du hier angibst. Alle anderen ignorieren das vollständig. Ja, auch hier wieder der Fall, würde diese App zum Beispiel unter macOS laufen, dann würde diese Unavailability Condition immer false sein. Die würde nicht funktionieren, weil wir eben nur sagen, dieser Code interessiert uns nur, wenn wir iOS in der Version 15 unterschreiten, wenn das kleiner ist. Alle anderen Systeme, macOS, watchOS, Linux, was auch immer, sind hier nicht relevant und daher wird das auch nie berücksichtigt. Ja, das ist der Hintergrund und deswegen gilt auch immer bei der Availability Condition, haben wir diese Wildcard, haben wir diesen Stern, bei der Unavailability Condition nicht. Ja, Freunde, und damit sind wir am Ende von diesem Video angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein erster Blick auf die Neuerungen, die wir jetzt frisch mit Swift 5.6 in Xcode 13.3 bekommen haben. Ja, da wird noch ein bisschen was von meiner Seite zu kommen. Und für den Moment, ja, wie gesagt, war es, dass ich suche gerade den Abschluss. Deswegen mache ich es kurz und knapp. Ich verabschiede mich, wünsche euch eine sehr schöne Zeit und freue mich dann, wenn wir uns in einem der nächsten Videos hier wiedersehen. Macht es gut und bis bald. Ciao.